Sehr verehrte Damen und Herren, das Ziel der Feng Shui-Lehrer ist es, die Harmonie der Menschen mit seiner Umgebung zu erreichen. Dabei ist die Energie, die eine Umgebung hergibt, ganz wichtig, denn sie keinen Einfluss auf das Wohlbefinden eines Menschen haben. Der Drache oder auch der Löwentanz ist ein wichtiger Bestandteil des Neujahrfestes in Vietnam. Die schlechte Energie des letzten Jahres sollte durch den Drache oder den Löwen vertrieben werden, damit Räume genügend Platz für neue und frische Energie bekommen. Kính thưa Quý vị, Konkak, Mún da nun không thể thiếu trong các dịch văn, lấy đến nhà so đổi tạp ký và đem lại không ký mây mẻ cho gia đình như cho các dịch văn. Năm nay, Lund Bremen sẽ đến đây cho chúng ta hy vọng rằng Lund xua đổi đến những tạp ký và đem lại cho Bremen thật nhiều điều vui, may mắn trong năm mới 2018, năm quý tỉnh. Xin mời quý vị, sau đây sẽ đón...